Hallo, grüßt euch. Links hoch? Ja, links hoch. Ah, vorne. Du meinst normal Heavy-Linie? Normal Heavy-Line, ja. Ah, okay. Ich würde sagen, wir sind mit den Heavies halt ein bisschen in der Überzahl. Ja, wenn sie mit drücken, dann passt's. Aber sie müssen drücken. Der IS-8 fährt hoch, Jagdpanther 2, wir zwei, der Typ 4 schwer. Der Löwe weiß ja nicht so genau, was er macht. Der Panther-8 fährt mit. Ja, der Panther-8 ist ein Met. Der Löwe kommt auch hierher. Ja, 3 IS-3 sind wir schon mal. 2 IS-3. Da vorne fährt man schon leider. 3 IS-3. Achso, ja, stimmt, ja. Hab ich gar nicht gesehen. Jetzt lasst den IS-8 bloß klug sein, der fährt links, das ist gut. AT gibt's auch eine. Ja, Gott sei Dank, eine 9er. Die kacken hier eh wieder auf den Schädel. Können die jetzt schon wieder bitten? Ne, einen T-54 haben die. Ich weiß ja nicht, ob ich hier oben bleibe oder runterfahre. Ich glaube eher, dass ich runterfahre. Ja, die sind halt AT-Ziel, ne? Wer ist der 1? Ich weiß. Kam leider nicht. Ja, Jagdpanther. Super. STA-1, bounce dann mir. Okay. Und bei mir auch. Ja, IS-8. Push, komm. Ja. Immer die Wanne unten rein. Boah, hinter ist ein IS-8. Ja, IS-8, du Arschloch. Echt? Also, nee. Nimm die IS-8 raus, wenn kannst. Okay, kannst nicht. Nee, ich hab sie raus. Ich nehm sie raus. Okay, dann nehm ich den raus. STA-1. Rechts lang oder wo? Oder weiter? Wir fahren weiter. Drei, zwei, eins. Okay. Boah. 1390. Was war das? 1390. Okay, tot. Jagdpanther hat's erledigt. Nö, ich war offen. Boah, das war ein Azele. Ja, okay. Na, kackt sie schon mal dir auf der Kopf nicht immer mehr. 35 Sekunden. Mhm. Steht hinten links im Eck. Okay, ich fahr noch. Wir müssen bloß aufpassen, was rechts noch steht. Ein Rheinmetall auf jeden Fall noch. Aber noch bin ich zu. Ich auch. Wir fahren jetzt erst hinten rum. Nicht in den Cap-Kreisen. Nein, nein. Ich stehe da hinter dem Hügel normalerweise. Wie lange lädt sie noch? 12. Okay. 7. 5. Rechtsse. Okay. Aufzuhören. Löwe. Löwe. Ja, ich komm. Dreh schon um. Wissen wir, da ist er. Kommt er dran? Doch, jetzt komm ich ran. Abgeprallt am Löwe. Wie denn? Wie? Wir fahren Cap'n. Okay. Fangen wir Cap'n. Na, die sind schon im Vorteil. Kann ich schon vergessen. Das gewillt sie schon. Das gewillt sie schon. Außer es recited nur einer. Oh, super. Ja. Das haben wir nicht reifen lassen. Jetzt gewinnen wir es. Jetzt haben wir es. Ja. Geil. Geil. Das war gut. Der Typ. Der Löwe. Der Typ. Der Typ 4 hat ihn die recited, oder? Ne, der Löwe. Der Löwe. Haben wir klicken. Na ja, nicht schön, aber selten. Ja, aber gewonnen haben wir es. Ja, aber trotzdem. Nicht schön, aber selten. Ja. Da haben wir gerade mal 1500 zusammen gemacht. Naja. 2500, so wie du sagst. Ja, gut. Was ist jetzt? Okay. Danke fürs Suchen. Ciao. Ciao.